hallo und herzlich willkommen liebe planet gustav freunde ich bin er zapp ich klicke das mal eben hier weg so und ich drücke mal eben wieder t für meine kamerasteuerung so ich befinde mich hier in der warteschleife von meinem schönen fahrgeschäft von meinem meiner schönen achterbahn und ich habe euch ja gefragt wie soll meine achterbahn heißen und ich habe eine entscheidung getroffen es gab wieder zahlreiche ein einsendungen von euch für den namen und ich glaube es ist ein mix aus zweien die mir vorschläge gemacht haben jeder der sich jetzt in dem namen wiederfindet genau der ist gemein vielen dank für eure einsendung das ganze nennt sich diese achterbahn wird pirate skywalk heißen was auch ziemlich gut zutrifft wie ich finde so ich werde aber hier noch ein bisschen an dem layout rumschrauben beziehungsweise an der warteschleife die ist noch nicht ganz fertig da werden wir noch ein bisschen nach modellieren es geht gerade draußen die sonne unter ich mache drin mal eben hell weil ich muss noch mal ein ganz kleines bisschen nach modellieren was noch nicht passt es passt noch ein bisschen was nicht und zwar denke ich mir dass diese dieses hier ja das könnte ich ja komplett hier rüber kopieren könnte ich ja machen weil das sieht ein bisschen mager sonst aus wenn das nicht ist so dann sieht das schon mal so ein bisschen netter aus hier kann ich ja Lampen dran friemeln dann muss ich mal eben gleich hier mal eben wieder dunkel machen siehst du guck mal so dunkel ist hat wenn es dunkel ist ganz schön dunkel wenn es dunkel ist oder so viel zu dunkel ja da schrauben wir unbedingt hier Lampen dran hatte habe ich auch natürlich habe ich Lampen dann werde ich meine absoluten Lieblingslampen wieder nehmen die natürlich hier nicht liegen sondern hier da die schraube ich jetzt daran eins auf jeder wer bist du denn warum bist du hier und warum hast du ein liedchen auf den lippen die ist ja noch gar nicht geöffnet ach mach doch was du willst du kriegst noch in die ach ja jetzt gehst du wieder jetzt merkst du auch dass die zu ist ne ja du bist mir ein heilnäher du bist woanders gebraucht ja warte ab bis der dienstplan kommt ja ich gebe dir neuen dienstplan und dann ist jo schluss mit spazieren gehen ja dann zurecht dir noch darfst du ja spazieren gehen aber bald ist schluss damit dann hat jeder seinen dienstplan und dann wird hier gearbeitet so jetzt habe ich es ihm auch gegeben so hier hänge ich natürlich auch eine Lampe auf damit die ein bisschen was licht haben ähm hier warum naja egal ich will es gar nicht wissen ich will es nicht wissen so hier immer hier zwischen oder ist das zu viel ich glaube nicht so hier und also Pirate Skywalk heißt die Achterbahn das ist toll wir müssen dann ein Schild ein Schild bauen mit Pirate Skywalk äh ja ich stehe hier irgendwo drin so Pirate Skywalk das finde ich tatsächlich richtig gut und und so noch einen hier ist schon wieder Felsen oder tatsächlich hier ist Felsen hier ist warum habe ich hier Felsen hingemacht man weiß es nicht man weiß es nicht aber ich kann das ja hier dran finden könnte ja gehen so ich mache mal hier Pause die mussten ja nicht ständig hier ne muss ja nicht äh der Felsen ist ein bisschen blöd aber ich kann es nicht ändern so habe ich den schon bestätigt nein jetzt aber so dann äh 90 Grad ist genau ähm keine Ahnung jetzt erreicht naja fast so und dann machen wir eben noch ganz kurz hier Licht ja und dann müssen wir nochmal eben ja das sieht gut aus glaube ich äh ja komm ja ja so äh so so und so auch hier in die Ecke oder aber da könnte ich die ja doch um die Ecke drehen dass die so ist könnte ich ja machen so ja 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 ganz schön dunkel hier so und dann hole ich die nochmal hier dazu muss ich die aber wieder gerade drehen gerade so und dann hier vor El Mumio oder vor El Mumio äh jetzt habe ich zwei äh mal gucken mal gucken wo ich das hin mache ach da ist guck mal da ist so eine Nische ja da kann ich die ja guck mal was ich da gebaut habe eine Nische und das ist aber äh hui wer hätte das gedacht bin selber überrascht über das was ich hier gebaut habe nein eine Nische ja 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 wie schön habe ich noch nie gesehen ne so ist man über seine eigenen Bauwerke immer wieder neu überrascht so Licht Licht die soll sich nicht beschweren ich weiß gar nicht geht das auch in die Parkbewertung ein wie hell die Warteschleifen sind wenn nicht möchte ich jetzt bitte dafür appellieren dass ich jetzt eine Warteschleifenbewertung kriege die ne die kann sich aber sehen lassen naja hier jetzt vielleicht noch nicht so weil hier noch nichts hängt aber jetzt so mal gucken wir unten mit Grünzeug also besser geht es ja wohl nicht oder ne und hier ist auch schön hell weil die Lampe da ne nur hier ist noch nicht hell nur hier noch nicht aber das können wir ändern so so jetzt ist hier auch hell gut so dann haben wir das raus gehen wir auch gleich meine Freunde draußen haben wir auch noch ein bisschen was zu gucken aber das zeige ich euch jetzt noch nicht das zeige ich euch erst wenn hier diese Geräte auch mal beleuchtet sind was ist denn hier los sollen wir hier so eine Laterne noch mal aufbauen nö oder oder doch die könnten wir hier genau in der Mitte pflanzen so hier hier will nicht so hier so dann ist das nämlich hier auch hell weil die das hier auch hell wollen und hier wird auch noch nicht beleuchtet ja das ist das ist das ist unglaublich wer hat das denn erfunden und warum mache ich da nicht mal was anderes hin so eine Deckenlampe vielleicht irgendeiner hat mich mal gefragt in meinem in meinen Kommentaren irgendein aufmerksamer Zuschauer ey ne ey hat er nicht gefragt aber warum schweben deine Lampen alle ich glaube die hatte ich dass er meinte die Lampen in der Achterbahn die ich dann später ausgetauscht habe ja das war der schlampige Elektriker habe ich ihm geschrieben der ist aber schon entlassen aus dem Grund weil er alle Lampen schwebend gebaut hat so das ist in Ordnung jetzt oder bis auf die Tatsache dass das hier im Dunkeln ist aber man kann nicht alles haben äh ich könnte hier so Umgebungslampen noch setzen keine Ahnung die werden nicht ähm so die werden nicht so hell bleiben ich kann die aber ein bisschen dunkler schrauben so oder dann ist das schönes gedämpftes Licht und dann sieht man auch alles ja das finde ich toll dann könnte ich das aber ja auch machen das wäre dann konsequent also Konsequenz wird da komplett überbewertet aber manchmal will man sie dann doch haben hm will ich oder will ich nicht ich glaube ich will ich glaube ich will ich packe die mal hier hin so so versenkt die im Erdboden immer noch ein bisschen sichtbar damit man da noch dran kommt so wie jetzt bei mir glaub hoffe ich ähm hallo ähm ja also so wie jetzt bei mir noch da dran kommt ok dann nicht dann machen wir es nochmal manchmal kommt man an die Sachen echt nicht mehr dran ich weiß nicht warum das so ist aber dann färben wir sie halt jetzt ein so vielleicht so ein bisschen orange wenn es geht so und verschieben sie jetzt dahin wo sie ihn gehört mein Gott das Spiel muss ich immer durchsetzen ich hab das letzte Wort dann hast du halt das letzte Wort so kann mich gar nicht belasten ok so ja kann ich so lassen kann ich mit leben kann ich so lassen nur hier ist stockdunkel oder hier der Anstellbereich das geht natürlich auch nicht komm Lampen 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 und wenn hier Lampen äh ich kann natürlich aber das mach ich lieber im ähm lieber im ähm hier so ich hab natürlich auch diese formschöne Lampe guck mal ja das mach ich natürlich hier am Eingangsbereich und was hab ich denn hier hinten noch aufregendes hier kann ich natürlich auch noch Licht machen ist das toll wenn ich das so mach ich weiß nicht da muss natürlich noch ein bisschen mehr hin aber schon mal so für den Anfang weißt du so ist das schön warte ich guck ich guck ich guck zu hell nee zu hell kann ich sein oder die müssen hier grandios super einsteigen können auch im Dunkeln theoretisch könnte ich hier noch Sonnen sowas hin machen damit sie es richtig hell haben so wo steigen die aus hier steigen die aus oder ne hier steigen die aus da da geht es wieder raus ich find ich find in dem Wartebereich echt nicht so schlecht wobei mir jetzt gerade einfällt dass hier wieder alles im Dunkeln steht warum ist das so warum muss ich hier auch noch so eine Ausleucht Truller hier hinsetzen aber wenn ich diese Ausleucht Truller da hinsetze wo setze ich die denn am besten am besten setze ich die da hin oder da passt die aber nicht hin die passt mal wieder nur hier hin na super so sei doch mal bitte sei doch mal bitte so hell und stell dich doch mal bitte siehst du so geht das so würde das so würde das auch was hier ausleuchten das wäre das finde ich gut so gut gut zurück zu meinem ursprünglichen Gedanken hier hier da muss noch was an die Decke oder das ist zu wenig Licht hier das finden die nicht toll da muss ich noch ein paar Lampen an die Decke schrauben und weil ich ja jetzt der neu eingestellte Elektriker bin werde ich die nicht mehr schweben lassen so da hängt sie jetzt und fertig und ausgeleuchtet gut ja jetzt jetzt ist das gut ausgeleuchtet jetzt kann man damit leben so womit man jetzt nicht mit leben kann ist mit der Deko guck mal wie schön das ja aussieht wenn die hier reinkommt ne das sieht das sieht schon cool aus aber mit der Deko hier da kann ich nun mal gar nicht mit leben guck mal hier hab ich hier überall hier so kunstvolle Nischen gemacht da müssen wir jetzt unbedingt was reinstellen ich glaub nicht dass ich da jetzt spontan ne Idee hab was ich da reinstelle glaub nicht ich kann mich aber auch irren vielleicht springt mich jetzt irgendwas an wo ich sag boah natürlich muss das da rein geht gar nicht anders hier in diese Nische weißt du natürlich muss das da rein geht nicht anders was könnte ich damit machen was könnte ich damit machen fällt mir irgendwas ein wie viel Platz hab ich nach hier nicht viel das geht schon mal nicht oder wer schiebt den zurück der schiebt den zurück nö also das geht schon mal gar nicht aber der ist auch falsch rum oder jetzt hätte ich ja der war falsch rum war der falsch rum ach man weiß es nicht wie rum ist der denn jetzt richtig ich muss den mal eben ach der ist viel zu groß der ist viel zu groß sonst siehste sonst hätte ich gesagt hey hey hätte ich gesagt trag doch mal mit deiner Nasenspitze hier raus aber das könnte ich ja mit diesem Boot veranstalten könnte ich ja könnte ich ja versuchen so rot äh falsch rum dreh dich mal so dreh dich mal und trag mal mit deiner Nasenspitze hier so dekohaft raus geht das bis wo geht das bis hier so ragt doch mal hier so raus so wie sieht das aus keine ahnung äh ich muss da erstmal hin so ja gar nicht mal so gut gar nicht mal so gut jetzt besser ja ja da fehlt aber immer noch was oder was fehlt denn da noch Schatztruhen ach das ist alles ich glaube das ist alles Topf Urne natürlich stelle ich hier eine Urne hin das ist für die für die Achterbahnbesucher auch besonders motivierend wenn hier gleich eine Urne steht können sie sich dann gleich da reinbröseln lassen nein nein das war böse das ist Scherz so also was machen wir jetzt da hinten jetzt haben wir jetzt sind wir jetzt sind wir immer noch nicht weiter so hm 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 ich hab noch nix gefunden was ich da rein stelle ich hab noch nix gefunden ja 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 was machen wir da rein was machen wir da rein ach äh Seilrolle macht das Sinn also das Boot äh ja könnte man vielleicht machen aber so richtig anspringen will mich das nicht das Boot was ist denn hier mit so einem ganz kleinen Anker hat das irgendwas ich muss den ja auch nicht so lassen den Anker ich kann den Anker ja auch so gerade stellen ist der jetzt gerade nö ich glaube ich kriege den noch nicht gerade okay kein Anker so langsam wird's dünn mit dem was wir da dran schrauben können ganz dünnes Eis so langsam hm was hatte ich denn gerade gesehen hier so oh formschöne Seile ja die füllen die Wand auch komplett aus die Seile ja hier kann ich hier vielleicht dran hängen das geht so gerade noch ja das nimmt mir noch so gerade eben einer ab Hey, guck mal, da hängen Seile. Aber viel mehr und nicht. So, jetzt hängen da schon mal Seile. Weiter im Text. Was können wir da noch dran schrauben? Wagenräder. Natürlich. Wasserbecken. Überseekoffer. Klar. Machen wir alles. Schädelfelsen. Weißt du was? Wenn da nix passt, ne? Dann stellen wir halt Heini dahin. Vielleicht ist Heini ja da passender. Warte, Statuen und Monumente. Hier, was ist der mit Pirat Heini? Wo ist er? Da. Ist der zu groß? Ja, der ist auch ganz klein. Pirat Heini geht also auch nicht. Der ist auch zu klein. Ja, ihr seht. Ich gebe mir echt Mühe, da irgendwas Sinnvolles hinzustellen. Aber ich finde nix. Nix da. Wände. Wanticore. Na, gucken wir mal hier. Ich finde nix. Hier ist nix dabei. Hier. Ja, auch. Macht Sinn. So was da. Das ist ja auch ganz klein. Ganz klein und schnuckelig. Ein Brett. Ja. Ja. Kann man alles machen. Wenn es passen würde. Aber passt ja nix. Da. Und wie groß das alles ist. Das ist hier echt wirklich nur so ein ganz kleines Ding. so ein kleiner Vorsprung. So ein kleiner Vorsprung. Wandschilder, Wanddekor, Dingenskirchen. Wir könnten da ja auch ganz einfach nur ne 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 flagge hin machen. Wo hab ich die Webdings. Alles macht keinen Sinn. So. Alles macht keinen Sinn. So. Wo haben wir jetzt unsere Flaggen? Da. Die sind auch alle viel zu groß. Natürlich. So häng ich. Häng ich da dran. So was. Also auch nicht. So langsam gehen uns die Ideen aus. Das. Und so. So. Dann kommt das. Dann kommt das. Pass auf. Dann kommt das jetzt. Das. Das. Ähm. Ich guck mal eben. Das ist. Aber das ist. Ne. So das. Das. Ey guck mal der. Ey. Manchmal. Ne. Da muss der rein. Da hinten. Warum steht der denn da vorne? Der steht auch so weit vorne. Da hinten musst du rein. So. Da. Und wenn du. Ja. Jetzt komm ich da wieder nicht dran. Siehst du. Weil ich das wieder ineinander geschoben hab. Jo. Das Leben ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So. So. Schild. 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 Dann ist es halt nur mit dem Schild. Ich kann. Ich kann es nicht ändern. So. Schild. In die Wand. Früher. In der Alpha. Ja. Da haben wir da die wildesten Konstruktionen von gebaut. Von diesen Schildern. Weil wir. Wir hatten ja nix. Ne. Und da haben wir das halt damit konstruiert. Das ging gut. Zu der damaligen Zeit. Also vor einem. Vor einem Jahr. So. Ja. 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 Okay. So. Ja. Das sieht doch. Lampe. Lampe ultra cool. Mal eben ein bisschen in die Erde hauen. Bisschen drehen. Ne. Nicht so. Sondern. Da ist. So. Wie ist denn jetzt hier Lampe ultra cool. Lampe ultra cool. Muss gerade ausgucken. So. So. Guckt sie jetzt nach vorne. Ja. Okay. So. Und jetzt könnte Lampe ultra cool. So. Aber die muss dann davor platziert sein. Siehste. Ist das toll. Hm. Ich bin mir meiner Sache nicht so sicher. Weil Lampe ultra cool. Will ich gar. Wenn dann will ich. Ach ne. Komm. Jetzt ist weniger mehr. Lampe ultra cool. Brauchen wir da nicht. So. Da oben muss noch so ein Wandding hin. Hier. Ja. Passt doch auch fast gut. Passt fast gut. So. Da. Und bei der Ausfahrt dann natürlich auch. Wenn dann nicht der Motor davor sitzen würde. Wer hat das denn gebaut? Sofort den Techniker holen. Bau das ab. Ich muss da ein Schild dranhängen. Bau ab. Ich muss ein Schild hin. Na gut. Okay. Geht nicht hin. Geht nicht hin. Hier geht. Hier gehen die auch hin. Das kann man. Das kann man auch machen. Oder? So. 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 Ja. Das kann man. Das kann man machen. Das kann man machen. So. So. So viel zum Thema. Wir geben uns keine Mühe. Und wir arbeiten nicht detailliert. So. Apropos detailliert. Hier muss er dann auch hin. Sonst ist es inkonsequent. Was sagt die Kopfhöhre? Nicht, dass sie sich hier alle in den Schädel einhauen an dem Schild. Nö. Geht noch. So. Wenn das Schild aber da hängt, dann muss das auch da hängen. So. Damit dann wieder die Symmetrie gewährleistet ist. So. Hier brauchen wir es nicht unbedingt. Nö. Nö. Hier brauchen wir das nicht. So. Und jetzt sind wir schon schwuppsdiwupps fast fertig. Oder? So. Wir. Was wir auch hätten machen können, ist mit diesen Schwertern. Hier. Diese haben wir jetzt noch gar nicht verbraucht. Äh. Gebraucht. Die sind auch ein bisschen. Bisschen unhandlich, oder? Die Schwerter. Die sind ein bisschen klein. Ja. Ich könnte die an die Decke heften. Warum auch immer. Will man hier unten Blumen haben? Ich glaube nicht. Das passt nicht. Das ist für einen anderen Themenbereich. Das vielleicht auch. Eine Glocke könnte ich hier noch dranhängen. Sollen wir da nur eine Glocke dranhängen? Naja. Schaden kann sie nicht. Dann hängt da halt eine Glocke. Man fragt sich, warum hängt da eine Glocke? Naja. Weil sie halt da hängt. Und die glockt. Und die glockt. Äh. Die glockt. Die läutet. Ja. Hier auch noch eine Leute. Eine Glocke, die läutet. Ne. Ups. Was war das? Ne. Jetzt sind wir fertig hier, oder? So. Was ich euch noch zeigen wollte. Ich hab das versprochen. Ich glaub in meinem, in meinem, in meinem Zeitraffer, Bauen im Zeitraffer, hab ich euch versprochen. Ich hab in meinem Bauen im Zeitraffer die komplette Bahn grau gemacht. Ja. Und ich wollte euch mal eben zeigen, wie ich das gemacht hab. So. Ich hab die Bahn irgendwie angeklickt. So. Genau. So. Und dann hab ich gesagt, ich möchte die Schienen bearbeiten. So. Und wenn man das bekommt, dann bekommt man diese Anfasser. Den. Und den. Und man kriegt die Farben immer nur auf dem aktiven Bereich geändert. Aber ich wollte die komplette Bahn in Grau. Und nicht nur immer den aktiven Teilbereich. So. Wie markiert man jetzt die komplette Bahn? Das ist super easy. Ihr nehmt einfach diesen Anfasser, der euch ja die Abschnitte, äh, gibt. Also ihr könnt euch damit euren Abschnitt vergrößern und verkleinern. Ja. So. Und diesen Anfasser nehmt ihr. Ich geh mal eben ein bisschen zurück. Dann seh ich nämlich jetzt beide Anfasser. Und ihr zieht den Anfasser einfach vor den. Seht ihr? Und jetzt ist die komplette Bahn markiert. Hier. Könnt ihr im Hintergrund sehen. Also die komplette Bahn ist jetzt markiert. Und alles, was ihr jetzt macht, auch alle glätten und ruckelfreie Schräglagen. Das bezieht sich jetzt auf die komplette Bahn. Ist wirklich cool. So. Ich brech das aber wieder ab, weil ich das ja eigentlich schon gemacht hab. Gut. So. Und jetzt gehen wir raus. Äh, wir sind hier fertig mit dem Anstellbereich. Wir werden auch, mach ich das jetzt noch? Ja. Das mach ich. Ich weiß nicht, wie viel Folgen das wieder werden, diese Aufnahme-Session. Aber wir werden in Kürze eröffnen. Ja. So, ich geh mal wieder raus. Soll ich mit euch am Tag rausgehen oder in der Nacht? Ich geh mal mit euch am Tag raus. So. Vieles haben wir davon schon im Zeitraffer-Video gesehen. So, ich zeig euch noch mal ganz kurz hier live, was jetzt hier alles passiert ist. So, ich geh mal eben raus. So, ich geh mal eben raus. Die haben sich hier verirrt. Kann ja nicht sein. Hier ist ja noch nicht auf. Ja. So, hier ist folgendes passiert. Boah, wer hat denn den Müll hier hingelegt? Wir müssen unbedingt hier Mülltonnen nachhaben. Guck mal, wird die hier alles hinschmeißen. Aber das machen wir, wenn wir gleich hier eröffnet haben. So, was ist hier passiert? Wir haben hier ein Fahrgeschäft. Wir haben hier oben ein bisschen ausgestattet. Das habt ihr ja schon gesehen.